Hallo, herzlich willkommen zu Sally's Welt. Heute gibt es was leckeres, herzhaftes. Ich mache Bief-Teki mit Tomatenreis und zwar ist es was griechisches und das sind so, ja, so Frikadellen mit Schafskäsefüllung und dazu gibt es dann eben diesen typischen griechischen Reis. In diesem Video heute möchte ich euch jetzt einfach nur das Bief-Teki zeigen, also wie man diese Hackbällchen zubereitet und im anderen Video bekommt ihr dann das Rezept zum Reis. Und das war übrigens ein Wunschrezept von Murat, denn das isst er ganz gerne, wenn wir aber im Griechen sind. Ich reiche dazu später noch ein bisschen Tzatziki, aber zeige euch jetzt einfach mal kurz die Zutaten. Ich habe hier 500 Gramm Hackfleisch, das ist jetzt Rinderhackfleisch und ich habe das jetzt aufgetaut, also das war im Gefrierfach. Dann brauche ich zwei Scheiben Toastbrot oder zum Beispiel ein altes Brötchen oder altes Brot. Dann habe ich hier eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, ein Ei, so ein bisschen Petersilie habe ich jetzt auch aus dem Gefrierfach von meinem Kräutergarten, Salz und Pfeffer natürlich, hier habe ich noch etwas Oregano und natürlich Schafskäse. Und später zum Ausbacken brauche ich noch ein bisschen Olivenöl. Und jetzt bereite ich zuerst die Hackmasse zu und nehme dafür die Zwiebel und die Knoblauchzehen und die werden jetzt fein gewürfelt. Dann kommt es mit zum Hackfleisch. Und ich ziehe mir jetzt Einwegkantschuhe an, weil ich nicht will, dass meine Hände gleich nach Knoblauch und nach Zwiebel riechen, aber ihr könnt es natürlich auch ohne machen. So, dann nehme ich noch das Brot und das wird kurz eingeweicht mit etwas Wasser. Natürlich könnte man jetzt da auch Semmelbrösel benutzen, aber ich finde mit Brot wird es einfach ein bisschen lockerer. So, ausdrücken. Und dann kommt es auch in so kleinen Stückchen mit dazu. Dann noch das Ei und die Petersilie. Und jetzt noch gut würzen. Da müsst ihr nur aufpassen, der Schafskäse ist ja auch ziemlich salzig und würzig. Deswegen nicht zu viel, aber trotzdem gut genug. Also so ein Teelöffel Salz dürfte hier reichen. Dann kommt noch ordentlich Pfeffer mit rein. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr zum Beispiel auch Kreuzkümmel mit reingeben oder Piment. Das passt auch ganz gut. Ich lasse es jetzt heute aber weg. Jetzt fehlt nur noch Oregano und da gebe ich auch einen Teelöffel mit rein. Und jetzt muss das Ganze richtig gut durchgeknetet werden. Und jetzt mache ich immer so kleine Portionen, so etwa 80 bis 90 Gramm. Und die werden dann gleich gefüllt. Den Käse habe ich jetzt auch bereits in feine Stifte geschnitten oder in grobe Stifte besser gesagt. Jetzt habe ich hier ein Stück Alufolie und zwar hilft es einfach beim... Warte, ich muss niesen. Danke. Jetzt habe ich hier ein Stück Alufolie und es hilft einfach jetzt beim Formen. Also jetzt breite ich das hier ganz flach aus. Ihr könnt da jede beliebige Form machen. Ich mache jetzt einen Kreis. Dann kommt ein Stück Käse rein. In die eine Hälfte. Jetzt drehe ich kurz so. Und jetzt klappe ich das mit der Alufolie zu. Und drücke noch die Ränder schön fest. Und dann könnt ihr das einfach schön formen. Hier ist Zeit. Dann nehmen die Ränder. Und dann nehmen sie ein Stück an. Und dann filter es wieder raus. Und dann nehmen sie auf. Und dran nehmen sie. Und dann nehmen, um du Schein geliebiger. Und da will ich das alles Larry jaim cambiar. Und das ist allespunkt. Und das war hier wirklich obrigs bloät. Und dann von weowitzen. Und das war etwas Lumyerisch ist. Musik Ich habe jetzt die Biefteki geformt und habe in der Zwischenzeit auch noch meinen Reis aufgesetzt. Den gibt es nämlich als Beilage und da habe ich ja schon gesagt, da verlinke ich euch dann auch das Rezept in die Infobox. Und jetzt habe ich hier die Pfanne bereits erhitzt und habe auch Olivenöl mit drin. Und jetzt kann ich die Biefteki da reinsetzen und die werden dann von jeder Seite ungefähr drei bis vier Minuten gebraten. Musik 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 Die Biefteki sind jetzt angebraten, der Reis ist auch fertig und jetzt mache ich noch ein bisschen Tzatziki mit dazu und später auch noch einen kleinen Bauernsalat. Passt nämlich auch perfekt mit zu dem Gericht. Und für das Tzatziki habe ich hier bereits Joghurt und zwar ist das ein 10%iger griechischer fester Joghurt. Das sind so etwa 600 Gramm. Hier habe ich zwei Knoblauchzehen, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas getrocknete Minze. Und das geht jetzt auch ganz schnell. Natürlich könnte man jetzt auch, wenn man möchte, mit Dill abschmecken und ein paar Gurken noch mit reingeben. Aber ich möchte es jetzt heute einfach ganz pur haben. So, die Knoblauchzehe, die reibe ich jetzt da rein, wenn sie mir nicht ständig aus der Hand rutscht. Musik Dann noch einen Schluck Olivenöl mit rein. Natürlich auch Salz und Pfeffer. Musik Und dann gut unterrühren. Musik Jetzt noch ein bisschen Minze mit rein. Und dann müsst ihr es nur noch abschmecken, ob noch Salz oder Pfeffer fehlt. Und dann ist das Tzatziki fertig. Der Reis, die Bifteki und das Tzatziki sind jetzt fertig und ich kann das jetzt anrichten. Und zwar richte ich den Reis jetzt so in einem Schälchen an, beziehungsweise formen das einfach. So. Dann kann man den stürzen. Musik Dann gibt es da Bifteki mit dazu. Und das leckere Tzatziki. Die Ella meldet sich auch schon. Die hat, glaube ich, auch Hunger, Morat. Mhm. Und ich esse. Ja. Darf ich das jetzt gerne mal probieren. Und dann ist es wieder 80 Grad heiß. Wahrscheinlich. Zu dem Reis reicht mir übrigens auch gerne Zitronenscheiben. Also nur als Info. Mhm. Jetzt zeigt das Bifteki. Hier. Der Käse. Der Käse. Was für den Käse hast du eigentlich übrigens genommen? Mhm. Ein Weichkäse. Natürlich fehlt jetzt noch der Bauernsalat. Gigantisch. Wirklich. Schmeckt's gut? Wirklich super. Echt wirklich klasse. Kannst du mir noch mal zeigen? Hier gerade hier. Der Käse. Wirklich super. Wirklich. Klasse. Ich meine, du hast dir das ja auch gewünscht. Ja. Und schmeckt's so wie bei unserem griechischen Freund? Absolut. Perfekt. Und wenn ihr das gerne auch nachmachen möchtet, dann geht einfach auf meinen Blog auf sallys-blog.de. Da stehen nochmal die genauen Mengenangaben und die Zutaten und die Zubereitung. Und wenn ihr's nachmacht, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Foto auf Facebook oder auf Instagram schickt. Also viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich find's, hat Ziggy geht halt auch zu allem. Mhm. Ich find's, hat sich auch zu allem. Untertitelung des ZDF, 2020